Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video Heute habe ich mir PlayerUnknown Battlegrounds ausgesucht Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit Ich würde sagen, das erste Game Ich habe keine Ahnung, ich habe bis jetzt ein Video geschaut und das wars Und ja, ich kenne Battle Royale natürlich von Arma und so, aber schauen wir mal was jetzt passiert Erste Runde, keine Ahnung von gar nichts Und ich würde sagen, legen wir los In 14 Sekunden Oh Mann, das wird crazy as fuck So, hören wir mal Ich würde sagen, wir kommen von unten Weil davor ist ja... Oh nein Hä? Hä? Ah, von oben? Hehe Okay Ich würde sagen, wir kommen nach dem Wasser raus Also nach dem Fluss Sind da noch alle drin So, also wenn der Fluss vorbei ist Weil, wenn das in der Mitte immer zusammen geht So wie ich das im Video gesehen habe Dann müssten wir ja unter dem Fluss Dann müssen wir ja nicht schwimmen Naja, das machen wir So Ja Juhu Hehe Hehe 208 210 Geile Scheisse Hehehe So Irgendjemand in der Nähe So Oh, dort ist einer Du Hund Gerade überholt Hehehe So Dort die 5 Häuschen, das sind unsere Das ist unser Weg zum Glück Schleckmann Oh Komm Komm Schnell Schnell Oh, dort hinten sind 2 Oh, oh, oh So, komm Land Land Hallo So, los, 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 los. Pumpe? Ja, nehmen wir. Sehr gut. Gut, was ist da? Ein Helm? Ja, ja, nehmen wir alles mit. Scheiss auf Kleidermann. Sind wir da? Gewinkelt, sind gut gekommen. Hallo, ich kann es nicht aufnehmen. Ah, er ist... ok. So, los, 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 los. Alles mitnehmen, was wir gefunden. So, das Ding noch schnell noch anladen. So, komm nach. Uh oh, Schüsse. So, was haben wir da Schönes? Weiter auf der Karte markierte Spielbereiche. Scheiss egal, alles mal mitnehmen. So, irgendwo sind da Schüsse, Mann. Das sind sicher diese zwei Idioten von vorne her. Könnte jetzt fast etwas draufwetten. Hm, gehört kein Schritt. Ich habe das Gefühl, plötzlich kommt irgendwo ein reinzurennen, Mann. Das wäre so typisch. Hey, wir sind ja im Kreis. Geil. Hehe, so. Rock'n'Roll. Also, wir haben eine geladene Pumpe und irgendein Magnum. Magnum. Nein, stimmt gar nicht. Ein Colt. Magnum. Ein Colt, Mann. Ich wollte noch nicht sagen. So. Was ist das eigentlich... Was ist das für ein roter Punkt? Was ist das? Ah, ist das... Ey, sehr geil. Sehr geil. Da kannst du nicht einfach hinter den Couchcam... Ey, sehr geil. Und so ist er weg. Haha. Zu geil. Ja, das sehr geil macht einen verdammt geilen ersten Eindruck. Schau. Aber da raus. Nicht. Aber ich gehöre so keinen Schritt, Mann. Das ist so verschissen ruhig. Irgendetwas stimmt doch da nicht, Mann. Ja, wir sind im Kreis. Alles ist wunderbar. Es ist einfach zu verdächtig. Ruhig, Mann. Es kann doch nicht sein. Hm. Komm, 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 komm. Irgendetwas Automatisches wäre noch geil. So irgendwie... Irgendetwas Automatisches oder so. Hosen. Nehmen wir. Da. Ey, wie geil. Rock'n'Roll. Was läuft? Ich habe nicht genug Platz. Scheisse. Ja, jetzt kann ich... Ah. Äh. Funktioniert das da? Hehehe. Abgewinkelt. Scheisse. Kann man das nicht da drauf... So, warte jetzt. Ich habe genug Platz. Willst du mich verarschen? Ich habe doch jetzt die Pumpe abgelegt, Mann. Wieso kann ich diese Scheisse nicht mitnehmen? Ah, ich habe es. Äh, Munition. Warte jetzt. Ja. So, kann man das nicht montieren, Mann. So, nehme ich ja meine alte Jura-Schüsse. Die ist eigentlich auch besser als... ...habe ich für die Munition? Und habe ich doch vorher irgendwo gehabt, ne? Und wir laden da das Zeug. So, die auch noch. Yeah. Ja. Hm. Feuerstoss. Das habe ich im Video gesehen. Immer. Feuerschuss, Feuerstoss. Oder, äh... Also, einfach Dings umstellen. Da, die Waffen umstellen. Auf automatisch oder so. Weil, wenn man sie aufliste, ist sie immer auf Einzelschuss. Und das habe ich gelernt. Immer umstellen. Hehehe. Oh. Medikiert. Yeah. Einen Rucksack. So geil. Ah, den ganzen Scheiss einsammeln. Komm, kein Rucksack. Scheisse, geh. Den brauchen wir nicht. Kanister. Nehmen wir. Weiss ja nie. Was haben wir da noch? Pumpe. Können wir jetzt eigentlich auch? Nehmen wir auch alles mit? Ja, ja. Einen Scheiss noch einsammeln da. So. 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 Sehr gut. Könnte eigentlich noch schnell... Ähm... Scheiss mal nachladen da. So. Ja, die Pumpe sind eben schon etwas Schönes. Oh oh. Da habe ich nichts. Tipptopp, ey. Wir sind schön drinnen. Drei Sekunden. Sehr geil. Wir müssen uns jetzt schon mal weiter richtig nachordnen, weil ich habe das Gefühl, der Kreis geht hier plötzlich sehr schnell. Würde ich sagen. Hm. Es ist einfach schon verdächtig ruhig, dass ich da so ziemlich im Kreis drin bin. Ich finde das irgendwie schon etwas sehr komisch. So. So. Es renne ich gerade einen vor die Flinte, Mann. Ich sehe es schon. Noch 55 sind am Leben. Geiler Scheiss. Ah, geile Ruine da vorne, Mann. Was ist denn das? Oh. Bombenstimmung. So. 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 So mal ein bisschen rumschauen. Sodass auf den Shawn herrscht sehe ich nichts. Find es ihr übrigens sehr geil, aber auch mit alt so rumschauen kann. Wie beim DAISY! Oder halt beim Arma natürlich. Hast du geile Kille? Irgendwie. Ich weiss nicht ob es im Game liegt, aber ich habe immer das Gefühl in dem Game, irgendjemand ist hinter mir und wartet nur auf den richtigen Moment. Aber ich sehe nichts, ist alles ruhig. Ich habe das Gefühl, dort unten sitzt einer. Irgendwo in diesem Häuschen sitzt garantiert einer. Ich gehe jetzt mal da vorne zu den Steinen. Dort unten ist garantiert einer drin, aber garantiert ist dort irgendwo einer drin. Ich gebe es jetzt mal da hinten. Ich könnte jetzt darauf warten, dort unten ist einer drin. Scheisse kann ich nicht reinzoomen. So. Also. Das ist safe. Irgendwo muss doch einer rauskommen, Mann. Ich muss sicher... Hey, dort ist einer! Ich habe es doch gewusst. Hä? Ich kann einen dort unten sehen, aber ich habe irgendwie Schreit gehört da hinten. Das ist kosmisch. Kosmisch! Der ist jetzt halt natürlich weg, gell? Scheisse! Irgendwie höre ich etwas hinter mir, Mann. Oder bilde ich mir das noch ein? Das ist sowas. Oder fach! Hier war doch doch jemand. Ich kann mir mit dieser Unklarren nicht bis dort runter, Mann. Das ist doch scheisse! Jetzt hätte ich mal einer gesehen und dann einen das... Scheisse! Ohohohohohohoh. Schau dir an! Ah, er sieht mich nebenan. Ah, ist so geil. Hahaha. Ah, ist so geil. Schau ihn an. Soll ich? Ich treffe ihn nicht. Er dreht sich um und fetzt mich weg. Shit. So, komm. Fuck. Fuck. Yeah. Um, 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 um. Yeah, baby! Woohoo! Erster Kill. Hahaha. Wie geil. Wie geil. Hahaha. Oh shit. Zwar ein halbes Magazin gebraucht, aber scheiss egal. Hahaha. Wow, wie schön. Hahaha. So geil. Diese Huren, die unten nicht auskommen. Huren! Ich bleibe jetzt noch ein bisschen da. Da kommt sicher noch einer durch zu rennen. Eigentlich müssen sie ja sowieso, man. Alle die, die außerhalb des Kreises oder irgendwie in die Nähe müssen, müssen da an mir vorbei. Würde ich jetzt so sagen. Ich hänge es jetzt mal rein. Ich mache jetzt... Erste Runde wird die Gamper Runde, Mann. Ich hänge es jetzt einfach da umeinander. Wir sind perfekt im Kreis, ey. Es passt perfekt. Ich muss eigentlich mich gar nicht wegbewegen von da. Also einmal jetzt gerade. Haha. Shit. Hey, ich habe doch gewusst. Ey, ich habe das Gefühl, diese ist vor der Teile auch nahe bei uns hinten durchgelaufen. Weil ich habe die Schritte nämlich gehört. Ich habe mir das in dem Fall doch nicht eingebildet. Ich habe die wirklich gehört. Hahaha. So geil. Das wäre geil. Wir schweben die AC, Mann. Einfach nervenkitzeln, ey. Shit. Der Puls ist auf 180 Grad, ey. Fuck. Ja, das wird wohl die Camper Runde, Mann. Ich hänge es jetzt einfach da umeinander. Oh. Die Tischer, ich habe es doch gewusst, Mann. Aber den treffe ich nicht. Scheisse, wenn der... Nein, ich... Ich glaube... Nein. Nein, nein. Scheisse, schade. Schade. Er hätte eine geilere Knarre, Mann. Irgendetwas zum Sniper, ey. Das hätte jetzt auch einen verdammten Headshot gegeben. Shit. Das Aura kommt nie mehr raus, ey. Hoffentlich läuft er in meine Richtung, ey. Das wäre ja geil. Dass ich mich so richtig wegficken, Mann. Ja, ich weiss es doch nicht, ich weiss es doch nicht. Das ist doch ein bisschen anders. Mittlerweile sind schon drei hinten durchgelaufen. Sehr wahrscheinlich. Was scheissen die umeinander, ey. Zwei Minuten. Macht nichts. Wir sind perfekt im Kreis. Haha. Ich habe das Gefühl, dass dieser plötzlich da irgendwie da durch rennt. Mann, der, der vorher da unten war, wäre verdammt. Aber ich habe irgendwie Angst weggekommen von da. Ich fühle mich da gerade verdammt sicher. Ich habe da voll den Überblick. Den Überblick. Den Überblick. Mittlerweile noch 38. Das ist die erste fucking Runde, Mann. Hahaha. So geil. Und ich habe meine erste Kill gemacht. Woohoo. Haha. Die erste Runde, Mann. Fuck. So geil. Wer hätte mit dem gerechnet? Das kann nur eins bedeuten, Mann. Und zwar, ich gewinne jetzt das Game. Ich werde der erste Mann. Ich ficke alle weg. Alle. Wenn mal einer durchlaufen würde. Hahaha. Oh, jetzt müssen wir langsam hoch. Scheisse. Hm. Ja, aber passt. Ja. Scheisse. Oh. Haha. Fahrt da einfach hinten durch, Mann. Hahaha. Essen geil. Ja, gegen das Auto. Ich glaube, wird es schwierig, gell? Ich glaube, das lassen wir. Ich habe es gesagt, Mann. Da kommen alle vorbei. Wenn ich einfach eine bessere Reaktion hätte. Und die alle hier abfahren können. War verdammt geil. Oh, dort ist wieder einer. Komm. Komm. Komm in meine Richtung. Komm in meine Richtung, Baby. Komm in meine Richtung. Oh, Shit. Dann wäre ich dort oben hinter dem Stein. Nein, ich habe jetzt das Auto gefeistet und auch gefeistet. Komm, Kollege. Kollege, komm, Kollege. Oh, dort ist er. Komm, Kollege, komm hier rüber. So ein Hund. Komm doch hier rüber, Mann. Ich glaube, ich käme es wieder dorthin. Ich habe es doch gewusst. So, aber der ist auch so scheisse weit weg, Mann. Das kann ich genau vergessen. Ah, shit. Ja, wir müssen langsam los. Du Scheisse. Ja, ich glaube aber, ich weiss nicht, ob das so gescheit ist mit dem Wasser. Ah, scheisse. Ja, komm, los. Ah, Mann. Das ist sicher irgendwo einer, Mann. Nicht zu wenig. Gerade wenn ich aufstehe, muss ich schauen. Gerade wenn ich aufstehe, schiesse mir einer in den Rücken. Ich sehe es schon gut. Ups. Unbestimmt. Natürlich einfach über das offene Feld in den Rennen, oder? Scheisse egal. Zehn Minuten dreißig. Eigentlich hätten wir noch genug Zeit. Man hätte noch ein bisschen warten können. Das ziehen wir jetzt durch, Mann. Jetzt rennen wir einfach in Kreise rein, Mann. Einfach in Kreise. Das geht nicht. In diesem Hütchen, bei der Brücke. Dort sitzt auch garantiert einer drin. Aber garantiert. Und jeder, der in die Brücke kommt... Tschapuu! Tschapuu! Kann man recht schwimmen in diesem Game? Ich hoffe es jetzt mal, oder? Ja, ja. Ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Yeah. Geiler Scheisse. Ja. Jetzt einfach nicht während dem Schwimmen schiessen, Mann. Es wäre jetzt so verdammt weiss. Wenn man hier oben den Häusern... Ah, das ist verdammt kriminell da. Ich habe das Gefühl, da sind einige irgendwie. Einige. So, komm. Los, 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 los. Schatten. So, geil, Omat. Irgendwo dort ist einer, Mann. Ich spüre es. Ich spüre es. Dort ist der Chip von vorne. Okay. Was war denn das? Was ist das? Oh, shit. Rennen, 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 rennen. Zickzack, zickzack. Rennen, rennen, rennen. Los, 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 los. Nicht rumschauen. Komm. Ah. Was war das? Noch ein Schuss. So, komm. Rennen, 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 rennen. Schräg. Rennen, rennen, rennen. Hier oben, Mann. Hinter einer Stein, komm. Hinter einer Stein und umkehren. So. Komm, komm, komm. So, wo bist du? Du grusige Mann. Was war das? Zuerst gehörst du irgendeine Münze an den K. Oder ein Schuss oder so. Dann wirst du einmal getroffen und dann nichts. Hmm. Da vorne sind ein paar. Also dort unten auf der Brücke. Oh, das Auto. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Los, 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 los. Ah. Ha, ha, ha. What the fuck? Wie geil. Wie geil. Ha, 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 ha. Oh, oh. Komm, komm. Nein. 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 What? Ja, nein. So eine Hure. So eine Hure. Ja, gut. Immerhin. 25, Mann. Ha, ha, ha. Geiler Scheiss. Groglaler closed. Cha that over. Dasoda. Mensch.